Ah, okay, ich bin jetzt hier oben. Ja, das kann ich hier sehen. Hm. Die Tage hat es so gut gemacht. Komm ich da hin? Nein! Da komm ich nicht hin. Aber ich könnte hier... Ah, ja, jetzt geht's rund. Ich hab die Goldbeere. Und hier sind auch wieder... ...neue Items. So, ich hau jetzt einfach mal alles platt, was... ... mir in den Weg kommt. Mach, ha, ha, ha. So, ich hau jetzt schnell weg. Und mach aus dir einen Wirbel. Nein, nein! Okay, hier kann ich... ...ich mach aus dir keine Wirbelblume. Ich mach aus dir eine Pflanze. Oh, aber ich seh grad. Hier sind... ...hier sind grad etwas... ...viele Samen, die ich mir noch einsammeln will. Hm. Zack, zack. Nein! 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 Ach so, ich komm auch so hin. Toll. Kann ich hier irgendwie schwingen? Äh, äh... Okay. Nein! Hallo? Gott, Flick! Flick! Ich muss jetzt erst mal nicht die Kamera positionieren. So, jetzt. So. Ah, okay. Lalalala. Lalalala. Huah! Hu. Hallo? Geh weg, du blödes Viech. Äh, ich bleib erst hier oben. Bam. Versuch mir, dieses Blatt zu holen. Geh weg, du. Ähm... Hm, 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 hm. Wo bin ich hier? Okay, hier oben ist der Eingang. Da ich hier grad nicht hinkomme. Ich schau mich mal hier oben noch ganz kurz um. Okay. Hier komm ich auch nicht durch. Schade. Weg mit dir. Da ist das I. Was fehlt mir jetzt noch? Oh, ich sehe nicht, was mir fehlt. So, kann ich irgendwie die Kamera manuell steuern? Nein, ich sehe noch mein Leben. Gut, hier. Weg damit. Zack. Einer weniger. Noch einer weniger. Die Goldbeeren bringen es. Da oben ist eine Biene. Ja, die hole ich mir auch. Nein. Ah. Ach ja, es ist schön, wenn du dann springst, wenn ich es dir sag. Eine weniger. Es wäre mal nett, wenn mir dann einer sagen könnte, was es auch bringt, hier alles zu suchen. Oder ist es eigentlich nur so eine Art, ja, Penisvergleich, würde ich mal sagen. Boah, ich bin besser, ich habe alles geschafft. Ich werde es irgendwann mal sehen. Was? Man kann nicht mal auf den Kleeblättern stehen. Wieso kann man nicht auf den Kleeblättern stehen? Ist doch scheiße. Das hier? Hallo? Gehst du denn hoch? Das sind lila Beere, aber die brauche ich ja nicht mehr. Weg! Sehr schön. Da, ok. Nein! 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 Ja, ist schön. Ich mag gleich, dass ihr eine andere Bumme. So, hier haben wir eine grüne Beere. Aber die brauchen wir auch nicht mehr. Oh, wir haben alle 50. Was ist das? Was zur Hölle? Das ist wieder eine blaue Pflanze. Wow. Sie sind nicht zufrieden. Kann mir bitte wer sagen, was das hier ist? Da kann ich irgendwas einsammeln mit dem, oder? Hm, ich kann nicht springen mit dem Ding. Das ist ja super. Was kann ich damit machen? Was kann ich damit machen? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Wir machen mal weiter. Ohne. Es kostet ja nur Zeit. Da ist ein... Stirb! So, irgendwo. Was kann ich mit dir irgendwas machen? Du siehst irgendwie... Okay, mit dir kann ich auch nichts machen. Ich brauche nur 5 Gegner. Wo sind die 5 Gegner? Okay, hier ist wieder eine goldene Münze. Ich will wissen, was ich mit dieser goldenen Münze machen kann. Hm. Was ist hier vielleicht mit dem Gerät her? Hm. Etwas anderes will ich auch noch schnell testen. Und zwar, was bringt mir jetzt die neue Verbesserung für das... Wie ist eine Pflanze? Dazu reiße ich dich raus und verwandle dich ins Blaue. So, was bringst du mir? Nichts? Geil. Ist das ein Schild? Geil. Scheinbar eine Art Schutzschild. Mir fehlt noch ein Gegner. Ich will wissen, wo der ist. Ah, hier ist das Ende. Hm. 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 Wo bist du? Ich werde dich auch noch finden. Nein. So nicht. Okay. Hm. Wo bist du, mein Freund? Damit ich dich töten kann und eine goldene Beere von dir kriege. Etwas, ja, absurd, aber okay. Hm. Wir gehen gegen dich hin. Du musst ihn mit uns gehen. Wo bist du denn denn? Ah, okay, man kann hier sich hochschwingen, aber... ... hätte ich gesagt... ... bringt es doch nichts mehr, oder? Oh, Anteilich. Wahrscheinlich die Beere hier oben zu kriegen. Ich möchte wissen, wo der Gegner ist. Ich weiß es nicht. Na gut, Leute. Ich mach mich zum Ausgang mal hin. Bei uns läuft die Zeit ein bisschen davon. Kann ich jeden Tag ein Level machen oder sowas? Wie gesagt, jeden zweiten Tag und schreib mir, was diese komischen Sachen so bedeuten haben. Ich weiß es nämlich nicht. Okay, ich geh in den Eingang. Na, hallo? Gehst du rein? Gott! Hilfe! Grafik! Ah, okay. Hier hat ein Gegner gefehlt. Okay, Leute, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn wir Abarks Live mal weiter testen. Und mal schauen, wie wir uns das anstellen. Okay, ciao!